Und deswegen kann man mit dem PD2G18EC HDC auf jeder Baustelle mehr flexen als Moneyboy. Turn up! Höstenlose 18 Volt Motor, wie immer in der Liga. Zweiganggetriebe mit zusätzlichen Usain Bolt Turbo Modus. Elektronische Schnellbremse und Kickback Control, die auch bitter nötig ist. Denn wir haben hier satte 70 Nm im Weichen und Festhalten 158 Nm Drehmoment im harten Schraubfall. Holy fuck shit. Zum Vergleich, Boschs stärkster GSB18V150 kommt auf 8 Nm weniger auf dem Papier. Das Ganze bei bis zu 500 Umdrehungen im ersten und 2500 Umdrehungen im zweiten Gang. Der Rest ist auch nicht schlecht. Sportliche 2,48 kg mit einem 5 Ampere Stunden Akku und ein Alu-Druckguss-Getriebegehäuse. Unsere Tests sind für den Schrauber in etwa so erfüllend wie Radler trinken zum Vorgühen. 6x400er Schraube, 8x400er Schraube, die 12x400er, ebenso. 32er Schlangenbohrer, 152 mm Lochzege, 12er Bohrer in Stein, alles keine Herausforderung. Preislich kommen wir mit zwei Akkus und lade auf kreditwürdige 480 Tappen. Ja moin.